ja leute willkommen zurück zu overwatch beta weekend so hier wir haben alle offensive charaktere gezeigt jetzt gehen wir weiter zur defensiven rubrik wir spielen johnny 5 alias bastion mit seinem kleinen lappenvogel da und mal schauen was er so kann aber als erstes ganz kurz tut mir leid dass ihr das sehen müsst und zwar hier nahkampf e 4 e ach ich kann mich reparieren leute ist ja da ja gut dann lasse ich es auf v ist auch egal spezialfähigkeiten von dem roboter typen einerseits reparieren wie ihr seht oder schild geben sich da unten und auf shift geile minigun hat er da quasi die camping klasse springen kann er natürlich nicht so hoch weil er ein fetter typ ist klettern müssen wir gar nicht ausprobieren nachkampf faust und special sehen wir gleich deshalb würde ich sagen wir gehen mal dahin wo wir verteidigen müssen und benutzen direkt unsere erste fähigkeit so platzieren und dann wird gefickt ich werde von hinten gelutscht warum von wem denn wer schießt denn da egal wir können uns ja reparieren die tür zu ja und da macht die einer wieder auf ach so ich dachte der kam von vornherein naja nicht so tragisch ja da ist natürlich ziemlich langsam der fette es geht hier ab wer schießt mir wo der macht aber übelst damage das ist ja sehr geil oder kommt der scheiß berg wieder man ich sehe schon das liegt an der shisha die ist gleich zu ende die maps übrigens finde ich auch sehr geil gemacht ich weiß nicht ob sie auch nur team deathmatch gibt denn bisher habe ich nur diesen modus gezockt also man kann den modus ja nicht aussuchen man kann nur spielen rücken und dann wird eine ja doch so eine art lobby gesucht und dann zockt man halt einfach aber aber was willst du denn was war das denn der scheiß sniper hola ist auch ganz schön stark oh guck mal wie groß ich bin ey du kleiner man ja ich bin ein russischer boah jetzt guck panzer modus alter boom mit seinem drecks lappenschild ja immerhin habe ich eingekriegt gekillt mit seinen behinderten boomba kugeln da oder was wow hier ist der berg wieder da oben ist der andere penner muss ich aufpassen geht gleich in deckung deshalb mache ich einfach so und verpasst es wieder oder ich fick den von hinten man was seid ihr denn für kapratzen gibt es doch gar nicht ja wir kriegen jetzt ziemlich auf den sack kann ich leider nicht viel machen es war eine schöne granate madame ja wir haben auch gleich verloren schade ja die klasse ist ja roboter ne panzer special sehr geil und auch sonst geschützt quasi nice ist aber nicht so mein ding weil es ein bisschen langsam und darauf sticht aber war ganz geil das war die klasse ich weiß nicht wie der geheißen hat ich nenne ihn einfach mal johnny5 ne johnny5 die klasse johnny5 ich hoffe es hat euch gefallen vielen dank fürs zugucken schaltet bei der nächsten folge wieder ein wenn es heißt wir spielen overwatch beta weekend defensiv klassen bis gleich